Schauen Sie sich mal diesen Jeep an. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. Dieses Auto ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, Vorderersitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Mit Vorkehrungen wie ESP, Traktionskontrolle und Xenon-Scheinwerfern sind Sie unterwegs immer sicher. Dieses Auto ist zusätzlich mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017